Durch die Vereinten Nationen haben Sie ja im Prinzip einen staatlichen Auftrag bekommen als Katholikin. Sie sind Mitglied im Zentralkomitee der Katholiken. Deswegen ist es eigentlich auch eine gute Ergänzung, dass der Papst die Enzyklika Laudato Si herausgebracht hat. Also insofern kommen ja zwei Entwicklungen wunderbar zusammen mit einem Ziel. Das ist ganz wunderbar und es geht tatsächlich bei allem um die Bewahrung der Schöpfung. Wir Christen und Christinnen glauben, dass der liebe Gott das alles gemacht hat, dass er uns letztendlich ins Leben gesetzt hat, uns Menschen in dieser wunderbaren Umwelt, die großartig gestaltet ist. Und die zu bewahren, Verantwortung zu übernehmen für diese Schöpfung, für unsere Kinder und Enkelkinder, das ist tatsächlich unsere große Aufgabe und daran sollten wir gemeinsam arbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2018 Untertitelung des ZDF, 2020